Was ist das mit dem Turm da? Was hab ich? Du hast doch Warframe, oder? Ich hatte Warframe. Achso, ja, du hast immer noch. Was ist das, bitte schön. Das ist mein Turm. Oh, das war's, der nervt aber auch total. Water, 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 water. Ey, kannst du mir helfen kurz, Alex? Oh, das war's, der nervt aber auch total. Ja, ich kann ihn dir von unten abbauen, wenn du willst. Alter. Zum Glück bin ich grad rübergedingst, das wär ich gestorben. Was hat das Teil hier für'n Sinn? Ja, äh... Ne, warte, ich hab's selber. Da würde Nils wieder sagen, können wir das in Luft jagen. Falsche Richtung. Hä? Ich baue da was oben drüber. Ich baute mal noch mal einen Tricht, nur aus Eisen. Ja, Eisen und ne Truhe drunter. Ah, genau, richtig. Gern geschehen, gib mir den Diamanten. Was war das für'n Stöhner, ey? Was war das für'n Stöhner, ey? Was war das für'n Stöhner, ey? Der war für'n Porno. Mach noch mal. Fand ich voll geil. Drei Stunden später. Wie geordnet, geordnet man das scheiß Ding an? Das ist schlecht. Drei Stunden später. Ach so, okay, ich hab'n, ich hab'n Rechter. Das sind Squids. Ne, äh, also ich hab'n Wasserstrahl gerade gemacht. Hehehe, ein Wasserstrahl gemacht. Hast du gepisst? Ja, auch. Hast du gepisst? Wuhuuu. Ja, genau. Das Leben ist so toll. Das Leben ist so schön. Geh' dich erhängen. Und dann geh' ich mich erhängen. Ich bin so super mega fucking schnell. Alter, das, das, ähm, spiegelt sich sogar im Wasser, ne? Ich hab' grad so'n Slenderman, so weißt du, wie ne Taschenlampe. Weil, die, es ist ja mega, ich, ich, ich sehe nichts, also es ist ja arschdunkel, bei dir Alex auch, oder? Wieso? Ja, bei mir ist mega dunkel, das ist grad Nacht. Ich hab' Shader aus. Ach so, ja, bei mir ist mega dunkel wegen dem Shader eben. Und das einzige, was erhellt, ist eben so dieser, dieser Block, das sieht halt aus wie so ne Taschenlampe, wie so'n Torchlight. Aha. Ja, ich muss den englischen, englischen Gebrüff dafür dazu. Gebrüff? Gebrüff. Oh, 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 hier ist plötzlich, äh, Turbo, äh, Hochschwimmaktion angesagt. Äh, nicht abbauen, nicht abbauen, nicht abbauen, nicht abbauen, nicht abbauen, nicht abbauen. Sag's noch fünfmal. Nicht abbauen. Muss sagen, ne Leatherfestung sieht geil aus. Man kann sagen, was man will, aber das sieht geil aus. Punkt. Glaub ich dir. Penis. Vor allem im Kontrast zu dieses Haus. Oh, Tibelius, ernsthaft. Hä? Was? Du so. Hehehe. Pedis. Ahahahahaha. Boah, alter Alex. Ahahahahaha. 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 Alter. Hi. Ähm, beide tot, alter. Ich würd's jetzt nutzen und jetzt runterspringen, sonst anders kannst du nicht mehr. Oh, hast du schon gemacht. Moment, Moment. Wuuuh! Nutten. Nutten? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, bald neues Mikro, ey. Kann ich kalendlich fisten gehen. Mit deinem neuen Mikro? Ja. Die Frage ist nur, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Richtig in den Purpose. Geil. Kubis Antwort. Da will ich aber auch dann, ne? Kubis Antwort. Geil. Ja, das hat sich halt echt so angehört, ne? So, ich so, 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 so. So, so, so. So, so. So geil, ja. Tiberius, dein Einsatz. So! Das ist ja so geil, jawoll, ja. Knisterst du da mit Alufolie? No, ja. Warum brennt mein Haus schon wieder? Was? Alter, was machst du mit deinem Häuschen? Alter, warum? Wer hat das diesmal angezündet? Wer hat das diesmal angezündet? Wer hat das diesmal angezündet? Ich nicht, ich bin wie gesagt bei mir. War das die Lava hier irgendwo? Nein. Das brennt doch, äh, das, äh, ist doch die ganze Zeit schon an. Das war die Lava nicht. Kubi, helf mir schnell, helf mir schnell. Ja, ich bin dabei. Moment, da ist Lava in deinem Haus und du fragst sie, wieso es brennt? Nein, die ist da schon die ganze Auf... Nein, da ist es nicht. Action, Action kurz vor, vor Ende, ne? Ne, oben brennt noch was. Alter, ernsthaft? Alter, zum Glück hab ich das rechtzeitig gemerkt. Jetzt. Was bringst du ernsthaft? Alter, warum? Die Lava war das definitiv nicht. Aber... Die Lava war das schon die ganze Zeit. Was sonst? Ich denke mal, es ist ein Blitz eingeschlagen, oder? Ja, es regnet doch auch gerade. Das kann sein. Das kann natürlich sein. Das ist aber echt mega assi mit den Blitzen, ne? Ja. Das hangelt einfach das ganze Haus ab. Das ist total beschissen, ist das. Wenn du es aus Holz baust, bist du selbst schuld. Ja. Naja, ein Steinhaus sieht da auch kacke aus. Deswegen baue ich ja auch ein Haus aus Nether. Können wir nicht einfach den Server so stellen, dass nicht alles abfackelt? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ja, ja. Und danach können wir noch auf TIPCAS TIPCAS easy, ne? Du kannst ausmachen, dass das Feuer sich verbreitet. Kannst du ausmachen? Das wäre echt nett, Nico. Weil ich hab keinen Bock, was das noch schon war. Wie Tiberius gesagt hat. Hier regnet's einfach. Jedes Mal regnet's hier und das ist total ätzend. Und wenn dann hier ständig irgendwo ein Blitz einschlägt, dann suckt das schon ganz schön. Mach halt ne Decke hin. Mach das echt mal bitte. Mach halt ne Decke hin. Schädeldecke. Was denn für ne Decke? Ja, so ne Decke aus Stein halt, weißt du? Oder aus Ziegel. Aus Ziegel wär sogar... Mach das einfach aus und gut ist. Ich find da vielleicht kein Keynes in den Mund. Und gut ist. Das stimmt wie im Schmecken. Ich bin so genial und vergesse nen Eimer. Zupi! Wofür brauchst du nen Eimer? Äh... Für ordentlich Obsidian-Farm. Das Leben ist so toll. Wollen wir auch schon? Und wenn nicht so völlig... So völlig so völlig... Niko? Alter, was war das denn? Ich war echt nie. Niko. Wat? Guck mal aufs... Zeiteisen. Ja, achso. Äh... Gut. Noch zwei Minuten oder so. Komm mir aus. Zeiteisen? Ja, Zeiteisen. Meinst du die Uhr? Ja. Ne, seine Mutter. Deine Mutter die Uhr? Haha. Er bringt wieder einen Julian-Witzel. Das musst du sagen, Alter. Cool, wie raged gerade. Ja. Ich hasse dich. Schon immer. Jetzt kommt wieder der typische Spruch, deine Mutter raged. Da. Uuuuh, Alter, bist voll hart, Mann. Hat er nicht gesagt. Alle meine Gegenstände gehen gerade kaputt. Oje. Boah, Alex, wieso baust du denn da Stein hin? Wo? Unten. Achso, da, ja, weil... Wieso? Frag nicht. Ich fand's ästhetischer. Ich blitzerege mich echt auf, Alter. Mh. Weil, guck mal, das ist doch die ganze Aufnahme schon über so, dass ich da das, äh... Ja. Die Lava drin hab. Daran kann's nicht liegen. Äh, da kommt einfach vor, dass es langsamer ist. Glaub ich aber auch nicht gesagt nicht. Naja. Mach's jetzt trotzdem nochmal sicher und mach da Stein drum rum. Alter, Enderman mit Shader sieht mega geil aus. Also noch mehr Stein drum rum, als weil er sowieso schon war. Weißt du, erst mal vergessen, dass ein Creeper explodiert. Das ist immer gut. Ich hab gewartet, dass der auf mich zukommt. Na, wenn du nun da kein Gesicht mehr hast, weil der Creeper im Gesicht... Gut Leute, stell dich mal sicher unter, dann können wir aufhören. Ich bin sicher. Ich will noch Chans Bude vollpflastern mit irgendeinem Scheiß. Mit Lava. Nächstes Mal ist er vielleicht wieder mit dabei. Mh. Mach einfach still, wo draufsteht, dass das Lava war hier. Und dann ist das Haus rausgekommen. Boah, ne Minute noch, okay? Ja, klar. Also, ja. Ich geh schonmal offline. Tschüss. Oh, dammit. Ah, ist weg. Ich geh noch hoch zu meiner Burg. Macht's gut. Tschüss. Gehst du ganz offline schon? Jo. Dann, gute Nacht, ne? Ich geh noch hoch zu meiner Feste. Und da ging er. War das mein Feste, oder was? Ja. Das ist ne Burg, die ich mir selbst baue. Mit großen, mega dicken Porno-Aussichtsturmen. Und wo? Mit Diamanten aus... Mit Diamantenblöcken. Okay, ich wär soweit. Guckloch. Kalle? Äh, nicht Kalle. Ähm. Ding. Teil da. Alex, wie viel Kohle hast du? Äh, brauche ich selbst noch einiges. Also... Weil ich brauch, ähm, welche. Ja, ich hätte welche. Mutter nervt. Erstmal macht sie Licht aus. Okay, das ist sinnig. Nimm mir mal Setzlinge aus deiner, aus deiner Kiste, ne? Mach, was du nicht lassen kannst. Ich kann's nicht lassen. Ja. Bausten willst du da oben Gottes Palast nachbauen, aus Dragon Ball Z? Nein, ich will mir auch was geiles bauen. Achso, du Gottes Palast nachbauen, okay. Ähm. Wo zum Geist jetzt deine Festung? Bei mir. Meine Güte Jogen. Wo bist du? Hey, Tiberius. Wo bist du? Alter. Ey, ich reite auf nem Pferd. Ey, du bist so hart. Hey, Mann. Be-hart. Aha. Ja, das auch. Willst du mal meine Behaarung sehen? Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Soll ich dir mal ein echtes Haar zeigen? Soll ich dir mal einen echten Harken zeigen? Soll ich dir mal einen echten Harken zeigen? Pff. Au. Das haben wir jetzt schon wieder Niveau los. Ähm, war es das jemals schonmal? Niveau voll, meinst du? Ja. Niveau voll. Niveau, ja. Ich bin grad durch Feuer gefallen und brenne nichts. Hm. Ich komm durch Feuer und Flamme, den ich spin. Boom. Burn man? Warte, ich helf dir. Was? Hast du jetzt nicht gesagt. Hast du grad gesagt, deine Mutter los schwänchen der Hölle? Das ist mein Spruch. Das ist mein Spruch. Das Leben ist so toll. Das Leben ist so toll. Das Leben ist so toll. Dum 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 dum. Ja. Ja, hat er. Dum dum dum. Äh, Alex, wir müssen demnächst mal wieder Ressourcen farmen gehen. Kann man ja machen. Können wir aber auch lassen. Ne, wir brauchen Ressourcen. Ne, ich wollte noch Obsidian farmen, aber leider wurde mir die Zeit gestohlen. Pech. Ja gut, ich hol mir grad ein Schild, dann stelle ich es mir hin, dann weiß ich, was ich machen soll. Gut, meine Festung hat jetzt immer den Grundriss und Mauern. Ich hab keine Schilder, ne? Auf jeden Fall kommen wir nur noch monsterlich in den Hauptrengang rein. So ein Geier ist die. Ich suche dich schon die ganze Zeit. Deine Festung? Wo ist die Festung? So, da wirst du da unten, oder? Das ist ja da oben auf dem Felsen. Ja. Aber hier oben bist du großer Klotz. Ich bin blind, Mensch. Tiberius, stell dich mal neben mich. Wissen du. Da wirst du. Ja, guck mal grad aus weiter. Ja. Das große Nether-Ding da oben. Ja. Ja... Okay... Also gut Leute, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss so in Cheatun.